Was für uns relevant wäre, wären hier zwei Werte. Das heißt, auf einmal hier der IQ-Wert und das andere Mal das Suchvolumen. Ich lade jede Woche zwei bis drei neue Videos zum Thema Amazon-Kette, gehe ich hoch. Also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, wie finde ich die richtigen Keywörter für mein Buch, damit ich auch hier organisch extrem weit oben ranke, wenn ich ein neues Buch veröffentliche. Also wir gehen von dem Szenario aus, wir haben jetzt hier eine Nische gefunden, sagen wir mal hier so ein Sushi-Kochbuch, haben es erstellt mit ChatGPT, haben Bilder erstellt, ein Buchcover, das ganze Buch ist fertig. Und jetzt sind wir natürlich im Upload-Prozess und dann müssen wir eben die sieben Keywörter eingeben, die sieben relevanten Keywörter, damit unser Buch eben dort gerankt wird, wo wir es wollen, also soweit wie möglich. Und jetzt können wir einfach mal hier uns anschauen, wie ich vorgehe, also wirklich eins zu eins zeige ich euch, wie ich die Keywörter finde für meine Bücher, damit ich eben organisch gute Verkäufe mache. Dafür können wir jetzt einfach mal hier auf dieses Buch klicken. Hier so ein Sushi-Kochbuch, eigentlich nichts Besonderes. Sehen auch hier oben mal den Umsatz, macht hier so rund 1300 Euro Umsatz, 75 Verkäufe im Monat, also ganz gut. Gut, was wir jetzt machen, wir wollen jetzt herausfinden, auf welche Keywörter rankt dieses Buch hier am besten. Dafür scrollen wir mal ein bisschen runter. Und was wir jetzt brauchen hier, wäre die ISBN. Und hier kopieren wir es einfach mal hier raus und gehen dann hier auf die Website von Helium 10 und nehmen dafür das Cerebro-Tool. Und dort fügen wir dann hier die ISBN wieder ein. Einfach rechtsklick, einfügen und jetzt klicken wir einfach hier auf Keywords erhalten. Dann jetzt bekomme ich eine Liste hier mit 418 Keywörter. Wir sehen hier, alle Keyword haben irgendwas mit Sushi zu tun. Wenn wir hier mal ganz drüber scrollen, dann sehen wir auch, welchen organischen Rang das Buch hat. Wenn jemand hier auf Amazon dieses Keyword eingibt. Und da sehen wir die ersten 4 Keywords, auf die rankt das Buch auf Platz 1. Was für uns relevant wäre, wären hier zwei Werte. Das heißt, so einmal hier der IQ-Wert und das andere mal das Suchvolumen. Bei dem IQ-Wert wäre es so, wenn wir hier einen haben, der höher als 700 ist. Also umso höher, umso besser, desto weniger Konkurrenz haben wir. Und mit dem Suchvolumen ist es so, wenn wir so drei relevante Keywörter haben. Und die haben insgesamt zusammen um die Traort Suchvolumen am Tag. Dann sind wir auch in einem guten Bereich. Deswegen, was wir uns jetzt hier uns anschauen würden, wären halt alle Keywörter. Und wir schreiben einfach die heraus, die eben einen guten IQ-Wert haben, ein gutes Suchvolumen haben. Und ranken die dann entsprechend. Wenn ich mir hier mal die anschaue, da fällt mir auf jeden Fall hier mal dieses Keyword auf. Sushi selber machen. IQ-Wert über 700, also sogar schon über 1000. Suchvolumen bezahlt 14. Wenn wir mal durchgucken, das zweithöchste Suchvolumen von allen, die wir haben, wäre zum Beispiel eins, was wir auf jeden Fall einbauen. Und dann als nächstes auf jeden Fall hier dieses Sushi-Kochbuch für Anfänger wahrscheinlich. Genau, Sushi-Buch für Anfänger mit Bildern. Das wären einfach die Keywörter, die wir mal ausschreiben könnten. Machen wir mal eine Liste, ranken die. Und hätten mal so eine erste Einschätzung, welche Keywörter gut sind für unser Buch. Diese Vorgehensweise machen wir jetzt nicht nur mit einem Buch, sondern wir suchen uns auch andere Konkurrenzbücher raus. Und schauen, auf welche Keywörter ranken die. Zum Beispiel zwei, drei Bücher, die wir uns raussuchen. Oft wiederholen sich die Keywörter auch. Aber oftmals kommt es auch vor, dass andere Bücher auf andere Keywörter ranken als das andere Buch. Deswegen, diese Vorgehensweise, was ich gerade gezeigt habe, machen wir für drei Bücher. Und haben so mal eine gute Ausstellung an Keywörter, die wir für unser Buch verwenden können. Ja, wenn ihr Helium 10 auch testen wollt, dann könnt ihr auch mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Und wenn ihr dann den Code GALLAGADEMY10 anwendet, bekommt ihr 10% Rabatt. Und das jeden Monat. Also, es lohnt sich für euch. Ja, ein weiteres Tool, was wir noch verwenden können für die Keyword-Suche, wäre hier das Magnet-Tool. Da wäre es so, dass wir ein Keyword vorgeben. Zum Beispiel hier Sushi-Kochbuch. Also vorher haben wir das Buch vorgegeben. Auf welche Keywörter rankt denn das Buch? Jetzt geben wir auch mal ein Keyword ein. Das sollte so allgemein wie möglich sein. Weil jetzt werden eben ähnliche Keywörter angezeigt, die eben was zu tun haben mit dem Sushi-Kochbuch-Keyword, was ich hier eingeben habe. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen runter scrolle, sehen wir 828 gefilterte Keywörter. Da ist es so, da würden wir natürlich dann filteren mit Suchvolumen, zum Beispiel ab 200. IQ-Wert könnten wir auch 700 eingeben. Aber ich kriege es einfach mal hier direkt auf Filter anwenden. Und da sehen wir, es hat sich schon dezimiert auf 112 Keywörter. Und jetzt würden wir einfach die Keywörter wieder raussuchen, wie vorher, die einen hohen IQ-Wert haben. Ein hohes Suchvolumen. Zum Beispiel, was haben wir jetzt hier? Sushi-Set zum Serum machen. Hat mit unserem Buch jetzt wenig zu tun. Aber hier wieder Sushi-Set zum Serum machen, 1100 vom IQ-Wert, 214 vom Suchvolumen. Und das wäre die andere Variante, die wir anwenden würden. Also zum einen Mal über das Cerebro-Tool, über die Produkte. Und das andere Mal über das Magna-Tool mit einem ganz allgemeinen Keyword, mit dem wir dann einfach hier oben nochmal filtern, was wir eben haben wollen. Hohen IQ-Wert, hohes Suchvolumen. Und so würden wir dann auf jeden Fall auf unsere sieben relevantesten Keywörter kommen. Ja, und ich habe mit Amazon KDP angefangen, das ist schon über zwei Jahre her, während meinem Bauingenieurstudium. Habe das Ganze immer weiter aufgebaut, einen YouTube-Kanal gestartet, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr es wirklich Fragen habt zu Amazon KDP, dann geht einfach mal hier auf meine Website, klinkt hier auf den Button. Da kommt ihr zu Instagram oder schickt mir eine E-Mail an diese Adresse. Und dann können wir auch gerne mal so ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, bei dem ich euch einfach mal erkläre, wie ich es geschafft habe, solche Einnahmen zu erzielen. Ihr fragt mir einfach mal eure ersten Fragen. Und wenn ihr dann wirklich Interesse habt an so einem Coaching, habe ich verschiedene Modelle. So eine mal nur Nischen-Coaching, Marketing-Coaching oder wir erstellen zusammen ein komplettes Buch von A bis Z. Und in einem Call erfahrt ihr natürlich auch, wie viel so ein Coaching kostet. Also kontaktiert mich einfach kostenfrei. Ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde ich mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.